Erstklassiges... Underlords Underlords Autochess Ich hab überhaupt keine Ahnung wie das geht Also... Spielen wir mal ein Tutorial Hey du! Hey man! Du da! Wenn du das hier liest, ja? Bin ich tot! Und der weiße Turm im Krieg! Ich kann dich nicht länger beschützen Aber ich kann dir beibringen Wie man eine Bande führt Eine reiche Bande, Junge Wenn du das lernst Wirst du nicht nur überleben Sondern könntest am Ende sogar Die ganze Stadt anführen Und warum ist hier noch auf? Also... Viel Glück! Werde nicht hinterrücksasch doch... Ah! Oh, 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 oh! Oh, Grafik! Gewinnen ist einfach! Ja, easy, Alter! Easy! Stelle ein Team zusammen! Pepp! Es auf! Und bekämpf... Ach so Leute! Einfach mal... Video leise stellen, wenn es zu laut ist, ja? Heute ist Freitag, also wird heute ein bisschen... Das kann mir! Äh... Manchmal muss man auch gleich ein bisschen... Das kann mir... Also... Stelle ein Team zusammen! Pepp es auf... Ich dachte schon, das ist ja schnucki... Pepp es auf und bekämpfe deine Gegner! Der letzte Überlebende gewinnt! Hast du schon mal Underlords gespielt, Leonie? Also... Für die Leute, die diese ganzen Auto-Chef-Dinger schon kennen... Für die ist das jetzt hier wahrscheinlich ein bisschen langweilig... Aber... Für die Leute... Ich hab mir nur ein paar YouTube-Videos angeguckt... Aber es sah mega nice aus! Das hier kenne ich auch noch gar nicht, das Underlords! Also, wie... Worum geht's? Äh... Jede Runde fängt im Shop an! Kauf deinen ersten beliebigen Helden! Und schließ dann den Shop! Ja, warte, nehmen wir einen... Äh... Blut... Ja! Den Blutjäger nehmen wir! Und jetzt den Shop schließen? Zieh deinen Helden in die Arena, damit dieser in der nächsten Schlacht kämpft! Flup! Im Tutorial gibt es zwischen den Runden eine Pause, um dir Zeit zum Nachdenken zu geben! Drück den Weiter-Knopf, um den Kampf zu starten! Das ist der Weiter-Knopf hier? Der blinkt so schön! Aufwärmrunde! Beuterunde! Kämpfe laufen automatisch ab! Die ersten paar Runden sind... Oh, da geht's... Oh, der kriegt aufs Maul! Jawoll! Oh, der hat sich gereckt, der Junge! Easy, man! Gewinnen ist einfach! Das war's, Leute! Sagen, dass ihr eingeschaltet habt! Hahaha! Kann ja nicht jeder so Pro sein wie wir! Hahaha! Wenn ihr Interesse habt hier... Steven, mein Kollege zockt Monster Hunter! Da... Wenn ihr... Guckt doch mal bei dem aufm Kanal vorbei! Der hat keinen und der streamt auch nicht! Hahaha! Hahaha! Aber... Jeder Abo zählt! Ja! Jeder Abo zählt! Macht eben doch einfach einen Kanal selber und... Abonniert den da! Hahaha! Kämpfe laufen automatisch ab! Die ersten paar Runden sind Beuter... Achso! Schaut zu! Ja! Schauen wir zu! Auf Sieg! Auf Sieg, Alter! Was kriegen wir denn? Eine Brosche! Vollnisstein! Angriffsziel verliert drei Rüstungen! Plus von... Neutrale Runden bieten einen weiteren Gegenstand zu... Oh! Machen wir mal Risiko hier! Oh! 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 Das hier auch wirklich nicht gut ist! Ich will irgendwie den hier haben! Den Razor! Kann ich noch einen? Äh! Den Ogarmagier, oder? Ey, wirklich! Ich bin ein totaler Noob! Was das angeht! Ey! Kein Plan! Oh! Wange! Der hat Range! Ok! Oh! Alter! unser Demon Hunter! der zieht ja da durch. Nächste Runde gewonnen, Alter. Gegen Bots. Easy. Easy. Plus 10 Rüstung. Angriffstil verliert 3 Rüstung. Machen wir mal hier plus 10 Rüstung. Was kann der Uga mal hier eigentlich? Flupp. Kann ich den mal hier hin machen? Und den da hin? Und den hier hin? Äh, wo ist denn mein Item jetzt? Da ist ein Item. Kann ich den... Ah, nice. Kannst du eigentlich was sehen, Leonie? Leonie sitzt da unten und zockt mit dem Wendy. Ach egal, das ist eine Ladenparty, Leonie. Macht jeder, was er will. So, ein Gang höher. Beuterrunde. Wutz, Junge. Oh, der schnitzelt sich durch, Alter. Oh, unser Demon Hunter. Ein Glück hat er Live-Rack. Flupp. Flupp. Easy, man. Easy, easy. Easy. Ja, das Spiel ist so einfach. Leute, schreibt da mal einen schweren Spiel in die Kommentare. Flasch. Oh, plus 30 Rüstung. Alter, ne Terrorklinge. Ist das mal knapp. Ist das ja halb 10, oder? Ist das schon halb 10 in Deutschland? Oh, du hast gerade einen Allianz-Bonus erhalten, weil du genug einzigartige Einheiten derselben Allianz in die Arena gezogen hast. Du kannst den Status deiner Allianz auf der rechten Seite sehen. Okay. Ah, okay. Dämonen haben wir hier. Dämonenjäger. Tödlich. Mensch. Ich hab jetzt mehrere Magier. Ja, mach ich. Mach ich. Ist so ein 2D-Horrorspiel mit viel Text, aber ich glaub, das mach ich auch noch. Jetzt mach ich erstmal hier ein bisschen Underlords. Bisschen Autochess. So, den ziehen wir hier raus und ich hab da noch ein Schwert. Das Schwert kriegt er hier. Und weiter geht's. Oh, ich spiel gegen meinen ersten Gegner. Ja. Ah, sieht gut aus, sieht gut aus. Das Spiel ist ein bisschen Strategie und viel Glück, glaub ich. Was sagst du dazu? Ist das alles anders für dich, oder ist das schon komplett raus? Das Ding. Abonniert den Kanal von ihm und dann gibt's immer richtig viel. Seht jetzt, wie sich Steven-Excel86 104 Knoppers in 3,5 Stunden reinflangt. Und noch ein Knoppi. Und noch ein Knoppi weckerle. Hä? Oh! Oh! Zwei Sterne Ogamagia. Du hast drei gleiche Helden zu einem mächtigen Zwei-Sterne-Helden kombiniert. Um einen Drei-Sterne-Helden zu erschaffen, kombiniere drei Zwei-Sterne... Das ist mir zu viel. Das traf ich nicht. Wie dreimal? Ein Dreier mit ein Zweier und... Wow, das Spiel hat Anspruch, Alter. Let's go hier. Weiter geht's. Weiter geht's, Freunde. Schatten-Schamane? Nee, die belegen nicht. Oh! Oh! Dicker, Kinder, hör'n zu. Oh, ich kann da einen mehr raufsetzen jetzt. Nämlich den hier. Let's go, baby! Paul! Ich spiel' jetzt gegen Paule! Paule? Paule, machst du, Junge? Du hast keine Chance gegen mich. Ich bin immer zu krass, Mann! Watz, Junge! Watz, ey! Der haut der Ogamagia Stupe 2 in den Parknicko-Platzen. So... mittel... ...in dein Milchgesicht... ...Elleh! Kaboom, Junge! Kaboomsen! Kaboom, Junge! Nächste Runde, Freunde! Was haben sie denn hier alle chillnit? Lukaner, Alter! Äh, Lukaner sind ganz geil! Kann ich... Kann ich... Äh, äh... Wahrscheinlich, dass Einheiten im Shop auftauchen... Warte mal, Junge! Warte mal, Junge! Kann ich den Dreh aufbauen! Warte mal, Junge! Okay... Ich glaube, ich habe nichts Gutes! Oder? Ich könnte jetzt noch einen kaufen, aber ich weiß nicht, was geil ist, Freunde! Kopfgeldjäger... Ein Kleiner... Was ist denn das? Ein Elementar... Ein Assassiner... Stämmig... Freunde, wisst ihr, wie ich rauskriege, was sie macht? Nicht so richtig, wa? Wollen wir mal ein Go machen... Gina! Milady! Gib Gina doch mal ein paar Klitschko-Klatschen mit auf den Weg! Ja? Achso, und du zockst jetzt! Nice! Kleine LAN-Party hier, Freunde! Sieg! 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 One Razer! Kaching! Jäger! Kaching! 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 Sieg! 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 Oh nein, nein, nein! Verloren! Da hätte der Fokus ein bisschen anderer sein müssen, glaube ich. Boah, was ist denn das? Reflektiert deshalb in 50 Angriffstempo. Wir nehmen uns auf. Wir nehmen alle auf. Ausgerüstete Einheiten teleportieren sich zum am weitesten von den entfernten Gegner. Okay. Habe ich hier irgend so einen Assassinen schnissen? Königin der Pein, wa? Lina. Da ist ein Schatten, Unhold. Komm, dann verkaufe ich den hier. Mach's gut, mein Junge. Das hier ist meine Lieblings-Einheit, der hier. Der da. Warte mal, kann ich dir den so zeigen hier? So, warte mal, hier so. Shadowfeel finde ich megageil. Ähm, was machen wir? Wurfen wir nochmal? Aber dann kann man uns ein wenig leisten. Kann ich ein Witzdeutsch irgendwen geben? Kann ich Ihnen den? Wer kriegt überhaupt, Mann? Ja? Oh. Kann ich die tauschen, die Items? Kann ich ihm das geben und ihm das hier? Ja. Und die Rüstung gebe ich auch mal ihm hier. Ja. Und dann wünsche ich den Shadowfeel. Ja, passt eigentlich, oder? Gehen wir mal gewürfelt? Ja. Schlag. Hexenmeister. Ja. Nix gebracht. Okay. Ach, du Heiliger. Okay, dass ich das noch gewonnen habe, ist krass, ey. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dass ich das noch gewonnen habe. Ne Terrorklinge. Abaddon. Chaosritter. Wo es ein Dämon war. Okay, dieses Ding hier. Da vorne ist ein Drache. Aber wenn du den angreifst, ist das schwierig. Hier sieht sie aber auch. Irgendwann greift er dich an. Der kann hier auch umgiften. Wenn du dir vergibst, dann bist du los. Ja. 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 Ich könnte auch die Rüstung von Dean auf ihm packen. Den nehme ich raus. Mach die Shadowfine rein. Der ist nur Level 1. Probieren wir mal so. Okay, das ist die Karte. Das ist die Karte. Das ist die Karte. Das ist die Karte. Let's go. Fight. Okay. Okay. Keine Ahnung, was hier gerade abging. Auf dich. Voll gut. Oh, Schattenlord. Das kommt vor der Wiese. Fall ist länger noch. Oh, ich kann noch. Ich kann noch einen raushauen. Ich nehme... ...Shadowfine erstmal. Ich hab mir nichts gebraucht. Oh, er geht. Du-dun-du-dun-du-dun. Die auf der Nase spülen übrigens nur die Monster Hunter. Fall ist auch nicht. Die Karte ist auch ganz nice. Da geht gut was ab. Aber die müssen mehr tun, als hätte ich es will. Ich kann einfach nur hier. Ich bin so krass. Ich spielfreiendlich, Mann. So eskaliere ich hier. So... Geht's los? Äh... Jo. Also du hast jetzt... Ja? Folgt dir jetzt so? Ist nicht schlimm. Champions? Ne, ne, ne. Hat kein Leben vor dran. Hier siehst du sein Leben. Das ist deine Lebensenergie? Mir bad. Oh, das wird knappe Ding. Da kommt so ein... Shadowfeel! Ulti! Ah, Ulti! Jawoll! Und jetzt so... Und wenn du den Rechner rein drückst, dann misiert er das automatisch an. Sandkönig. Loll. Ich hab nur gerollt und hab nix gekriegt. Hunde und Pferde Show. Loll. Alter sind die krass. Alter sind die krass. Oh Gott, oh Gott. Haha, die haben mich total genutzt. Ey, gar keine Chance gehabt gegen die. Okay. Zwei von der Variante Gegner an der Fallenkammer. Kraft sterben. Wenn er aus einem Schaden erleidet, wird der Angreifer bis zu sechs Zeiten weiter gestoßen. Machen wir mal nen Kraftstab, wa? Auf sie hier und Alchemisten. Blutjäger. Oh, da ist ein Schattenunhalt. Und ein Waldseger. Hm, was verchecken waren, Freunde. Ich hab noch null. Die sind jeweils einwertbar. Dener will die auch nicht groß werden. Hm. Nee, 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 nee. Den brauch ich alle. Was ist zum Beispiel, dass du noch mal, ähm, Kaffee gemacht hast? Ach so, hier kannst du... Oh, jetzt älger. Okay, der hat mir... Oh, krass. Okay. Ey, drei Runden am Stück. Boah, alles hier durcheinander. Okay, ich verstehe. Ich muss also... Du sollst vielleicht ein bisschen mehr um die Bogen gehen. Oh, Shadow Fiend Stufe 2. Kunkka. Hexendoktor. Razor sammle ich ja nicht. More souls for the collection. Ja! Sehr, sehr nice. Leute, verzeiht mir kurz. Ich muss kurz checken. Ah. So. Öh. Hier, da sind wir wieder. Ey, Mann. Also. Das war erstmal die erste Folge. Ich glaub, ich mach erstmal einen kurzen Cut. Und gleich danach kriegt ihr die zweite Folge vom Tutorial rein. Bitte sehr, bis gleich.